Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Battle-Runde Tavern Brawl in Hearthstone. Guten Tag, Tinkerlo. Guten Tag, Fischi. Die Rache kommt. Hallo jetzt. So, Tavern Brawl, 2 Many Portals. Letztes Mal haben wir quasi 1-1 gespielt. Und wir haben auch schon am Ende der letzten Folge uns gegenseitig gesagt, was wir spielen müssen. Ich muss den Rogue spielen, hast du gesagt. Genau. Ich nehme freiwillig den Druiden. Du hast ihn mir aufgezwungen. Der ist gar nicht so scheiße im 2 Many Portals. Ist er auch nicht. Er ist viel besser als der blöde Rogue. Oh Mann, ey. Ich weine jetzt schon. Hoffentlich. Das geht doch nicht. 50, 7 Draws, 7 und so. Wieso hast du denn den Druiden in Gold? Den habe ich neulich irgendwann bekommen. Vor 5 oder 6 Wochen. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Plötzlich war er so BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Das war unerwartet. Zack. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Pass auf, pass auf. Nimm das! Nein! Oh, oh. I like. Nein, sie hat irgendwas sehr gutes bekommen. Scheiße. Zumindest nicht schlecht. Oh nein. Oh, hallo. Wollen wir mal gucken. Immerhin habe ich dir jetzt schon einen Schaden gemacht. Dass ich jetzt schon spiele. Doch. Komm, was willst du machen? Nimm das! Oh no! What? Warte mal. Drei plus vier ist nicht sechs, ne? Haha! Ich hätte vorher das hier spielen sollen. Ich vollhorst. Du vollhorst. Aha! Tja, hätte ich das vorher gespielt? Oh, shit! Dann hätte ich jetzt... Oh, ne! Oh, die... Oh! Okay, ich will mich nicht aufregen. Ich will mich nicht aufregen. Da könnte ich doch ganz einfach... Oh, oh. Das so machen. Und jetzt kriege ich einen Murloc. Pass auf. Hier ist der Murloc. Oh nein, lass mal den Murloc. Na, fast. Mit viel Fantasie könnte das ein Murloc sein. Ein haariger. Haarige Murlocs wären witzig. So mit dem Bart und so. Aber das ist doch ein Murloc. Achso, ich dachte, ich kriege jetzt noch einen, damit... Ach so! Ja. Ach so! Nein, nein. Oh, hello. Jetzt ist aber die Frage, ne? Ich glaube, wir machen jetzt sowas. Klar, dass du sowas bekommst. Ich hab das wohl genießt bekommen. Tja! So spielt das Leben manchmal! So, ich hab das Gefühl, das gibt ne gute Karte. Ich nehm alles zurück. Aber der jetzt! Ah, ich liebe Glückspielen. Also so ein Glückspielen. Oh! Oh, nicht gut. Oh, nicht gut. Und dann kriegen wir jetzt halt ne geile Karte. Achtung! Ne! Ein Huhn! Jetzt aber! Ein Ingrid Schick. Dann kriegen wir jetzt halt ne geile Karte. Ne! Mach mal jetzt! Komm, noch ein Portal! Einer geht noch! Hm! Hm! Du bist nicht so doof, wie du aussiehst. What? Was? Ist laut gesagt? What? Manchmal kommt das da einfach rausgeblubber und ich kann nichts dagegen tun. Nichts? Wie dis Tinker, Leo? I like a lot! Nein! Wieso kriegst du immer so geile Sachen? Ich kann fragen, ob ich sie jetzt spiele oder nicht. Aber ich glaub erst mal noch nicht. Wie oft du dich immer fragst, ob du Sachen schon mal spielen sollst oder nicht. Ähm. Ich guck nochmal. Macht mehr Spaß. Hm. Jetzt hab ich gar keinen mehr. Ist gar nicht so witzig. Oh, Karten! Oh nein! Autsch. Recom-pompompomp you, lady! Ne! Aber Biest! Aber ein Biesterino! I like. So lass ich das stehen. Ja genau, gib ihm doch noch ein bisschen Leben. Ja, wenn, dann richtig. Okay, also ich würde sagen, wir müssen hier genau rechnen. Wie genau rechnen? Ja, nee, noch nicht so genau rechnen. So, ähm, mhm, ach, 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 das braucht man. Okay, dann spüren wir das jetzt noch. Mhm. Mhm. Ja, nee, ist klar. Äh, äh. Nein. Oh, geil. Okay. Bye. Jetzt hast du aber natürlich noch deine tolle, äh, Mega-Extremo-Legendary-Distole. Ja, aber die kann ich jetzt nicht spielen. Hm. Verarschst du mich gerade? Wie denn? Du hast gerade eben gesagt, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Hallo? Das war lieb gemeint, als Kompliment und so. Ja, das war total lieb gemeint. Voll lieb gemeint. Du siehst aber dumm aus. Das habe ich nicht so gesagt. Du hattest einen Leeroy. Ja. Und einen Rat. Das war eine Karte, die ich meinte. Das kann auch wohl nicht sein. Ähm. Äh. Na. Äh. Ich bin sehr gespannt. Oh. Die Karte hier, merkt ihr die mal, auf die freut mich, wenn ich sie nachher irgendwann spiele. Und du wolltest, du wolltest nicht gerne den Nerubab wie, 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 aufsaugen? Nee, ich habe gedacht, du hast bestimmt was mit einem Battlecry und dann... Flupidup. Flupidup, sagt sie. Okay. Ähm. Mhm. Ich würde gerne das hier spielen, deswegen... Oder? Du spielst. Oder spielst du... Hm. Nee, nicht die. Oder ich... Oh. Dann haben wir zwei und eine. Das ist natürlich so. Und wenn man das andersrum sieht, dann ist das ja auch anders. Nicht auf Kopf und so? Nee, komm. Wir machen noch sowas hier. Was hältst du denn von neuen Addon? Ich freue mich natürlich tierisch drauf. Ich bin so gespannt. Ich auch. Verstehst du? Ich habe viel mehr als du. Das glaube ich nicht. Was ist das doch? Ja, nee, ist klar. Den, 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 den. Oh, 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 oh. Na toll. Boah, du spielst den Anstertalportal? Ja, ich habe gedacht, das gönne ich mir jetzt. Force of fuck you. Das ist ja wohl nicht... Glücki Mac Glückshausen, ey. Ja, komm, du kannst dich bisher nicht beschweren. Naja. Okay. Äh, sieben... Oh nein. Eins, fünf, drei, zwölf, achtzehn, neun. Okay. Dann machen wir das halt so. Zack, zack. Und noch ein Kärtchen, bitte. Ich habe tatsächlich echt zu wenig Karten aufgehauen. Das merkt mich so ein bisschen. So, pass auf, da kommt jetzt was richtig, richtig cooles. Nein. Nein. Oh, du kannst mit den Hosen gehen. Was ist das denn? Ich zeig's dir gleich. Wie vorhin als was. Oh, warte. Nee, ja. Ist das ein Deathwing? Das ist ja geil. Jetzt erst mal den. Oh nein. Was ist es? Oh ja, ein Like. Das kann aber auch meine Button, ne? Oh, shit. Ja. Random Minion. Stimmt, stimmt. Steht's ja. Machen wir jetzt das hier, Leute? Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht. Ist das immer noch die, die du vorhin schon machen wolltest? Wir machen's jetzt. Ich weiß nicht, dass du schlau bist. Nö. Äh. Ähm. Twin. Ja, nee, ist klar. Auch noch die Karte. Wieso zur Hölle hast du all die coolen Karten? So cool ist sie gar nicht. Ich find sie voll cool. So, jetzt pass auf. Oh oh. Ach so, vielleicht müsste ich mal gucken, ob ich hier nicht aufpassen muss wegen meinem Leben. Nee, das geht noch, ne? Ich war äußend, ey. Was ist das? Was ist das? Was kann ich gefunden? Nee, das ist nett. Was ist das jetzt? Oh oh. Nein. Nein. Oh oh. Nein. Oh come on. Oh my God. Okay, im Moment ist doch eine 50-50 Chance. Okay, jetzt probier ich das. Entweder es geht in die Hose oder es geht nicht in die Hose. Oh Gott. Oh. Oh come on. Naja, immerhin ist das ein Eichhörnchen geworden. Es kann auf sich selber transformieren. Ich hatte gehofft, dass er diesen Poultryzer-Dinger da... Wieso machst du denn das Eichhörnchen kaputt? Wenn ich zu viel Angst habe, dass du es mit irgendwas Buffs, Tinkers, Sharpsort, irgendwas... Und dann machst du mich tot. Deswegen muss es weg, auch wenn ich mich leider selber jetzt in ein Eins-Einsatz-Schicken verwandle. Das könnte sein. Okay, wir gucken uns das Ganze mal hier an. Ah ja! Okay, lass mich rechnen. Weil vielleicht verwandelt es sich selber in einen Chicken. Ich glaube... Nein! Ich glaube... Nein, 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 das kannst du nicht machen, weil ich habe auch so eine kohle Karte auf der Hand, die nicht unbedingt nachzeigen kann. Ich wollte die Karte doch spielen jetzt. Ja, das tut mir wahnsinnig leid. Keiner mag den Schiff, hätte ich beinahe gesagt. Mensch, wie fiel. Das geht dann plötzlich noch sehr schnell, ne? Ja, ey, das nur wegen den Role-Cuppen. Der war doch besser als... Das Bändisch war gar nicht so schlecht. Leider ja. Du spielst jetzt... Worry! Worry! Okay, dann spielst du jetzt den Hunter. Okay. Den will ich jetzt nämlich mal sehen. Der könnte ganz gut sein. Der könnte ganz gut sein, ja. Oh Mann, ey, ich hätte eine Heilung auf der Hand gehabt. Und das andere, was ich hatte, war Tree of Life. Ne! Ja, Mann. Das wird krass gewesen. Ich wäre jetzt wieder bei 30 Leben gewesen. Dann hättest du mich gegen lassen. Das wäre tatsächlich sehr krass gewesen. Das hat ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen gedauert, das Spiel. Okay, wir nehmen die mal raus. Was macht deine Rocket League Karriere? Oh, süß, süß, süß geht. Ja, süß, geht. Ich werde besser, aber lang... Jetzt habe ich gerade wieder eine längere Pause gemacht, was nicht sehr gut ist. Überhaupt nicht cool ist. Abstand! Oh! Oh! Nicht nicht oh, sagen oh, macht mir mal Angst. Welches spiegel ich denn jetzt, verdammt? Ich glaube, wenn ich die schüttle, ist was cooles drin. Wie beim Überraschung sei. Okay. Ja, bombastiös. Oh, krass. Hättest du gar nicht gedacht, ne? Ne, da kann ich jetzt auch gar nichts machen. Ähm, dann schüttel ich jetzt auch. Oh, yes! Tschüss! Ach, Mann. Das war eine sehr, sehr kurze Murlocke-Karriere. Eine extrem kurze. Was auch dafür kriege ich jetzt... Oh, der ist nicht schlecht. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Oh! Das Schweine-Schwein! Was mache ich denn jetzt? Komm, irgendwas cooles. Ein Chicken. Hat den noch keiner. Brauchst du jetzt mal. Oder ein Whiz. Jetzt nehme ich das da. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Mann, wieso kriegst du mal gute Sachen raus? Das ist scheiße. Wobei... Ne, das ist scheiße. Warte, vielleicht wird der noch gut. Kann ich nicht machen. Das ist nicht gut, dass ich nichts machen kann. Du kannst portalere Tiere spielen. Das könnte ich wollen. Mal jetzt auch. Ich ziehe noch eine Karte. Vielleicht hätte ich Sachen machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich spiele den jetzt. Tada! Willen, Willen! Wow! Das finde ich jetzt aber auch nicht so gut, ne? Okay, vier ist blöd, aber wir müssen jetzt Sachen machen. Okay. Ja, die mag ich eigentlich beide nicht so. Was soll das denn? Die findest du jetzt nicht so gut, sagst du? Ne, die finde ich jetzt voll doof und so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Komisch, weil ich finde die voll gut. Hm. Das wird nicht besser. Das Geilste ist, wenn du den jetzt im Stealth lässt, dann könnte ich ja theoretisch trotzdem den treffen, ne? Oh, shit. Ja, könntest du, aber... Ich mach jetzt... Du machst den kaputt. Ne, ich wollte... Eigentlich bin ich total dämlich. Ich hätte den zuerst angreifen sollen, dass der hier das ganze Leben bekommt. Ja, ja. Ach, ich bin so doof. Jetzt hoffe ich einfach, dass du daneben haust. So und so. Aua! Manchmal denke ich auch nicht genug mit und so. Ich hab nur noch so wenig... Oh, ich hab mich ja ge-overloaded. Nein! Boah, wie sie sich jetzt folgen, ne? Gucken wir doch mal, was wir jetzt hier rausziehen. Nicht so geil. Ähm, es wäre jetzt ganz besonders cool, wenn du jetzt ganz besondere Karten treffen würdest. Oh, na ja. Ach, dass der den bufft, ist doch auch nicht fair. Yes! Ich fass es nicht! Du schaffst an! Yes! Yes! No, so. Boah, kehrt des Todes. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spielen soll. Das ist ja direkt... Nee, jetzt mal nicht. Jetzt mal abwarten. Mal gucken, was ist. So. Ich fass es nicht und die ganze Zeit wünsch ich es dir und jetzt krieg ich es wie gemein. Ahahaha! Ich hab's Waffen. Und mit dem kann ich auch nichts anfangen. Oh, das finde ich gut. Ich hab nur 15 Leben. Das ist okay. Ich hoffe, du möchtest meine Invention. Okay, noch ein Kärtchen ziehen. Vielleicht ein letzten Portal oder so. Verrate ich dir nicht. Das war eine Karte des Todes. Wart ab. Äh. Jetzt bin ich gerade mal richtig froh, dass ich das nicht gespielt habe, obwohl ich drüber nachgedacht habe. Oh nein, du hast... Oh nein, du hast... Was? Hä? Was hast du denn jetzt? Was sag ich dir nicht? Nimm das, du Schurke! Oh, okay. Okay, okay. Da bin ich jetzt ein bisschen pisst. Wie schon wieder, ey. Jetzt die Endokteure, ne? Na, fuck. Ja, das ist irgendwie... Irgendwie hab ich das Gefühl, ich bin gerade hier in einer Scheißposition, obwohl ich so eine coole Karte eigentlich auf der Hand habe. Hm. Yes. Ich bin jetzt nächste Runde. Was, yes? Nee, ich fand das gut, dass der das gekriegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso. Ähm. Ich kann das so machen. Der muss auf jeden Fall weg. Und dann gucken wir mal erst mal, was wir hier kriegen. Ohoho. Ohohoho. Okay, weiter. Oh yes. Sehr gut. Ich mag kein Buch hier sehr gut. Ohohoho, das ist eine coole Karte. Das war's. Das heißt... Nein, connection. Hallo? Ist es rausgeflogen? Hörst du mich noch? Ja. You are reconnected. Ich bin wieder da. Das ist okay. Ich warte. Die Zeit läuft. Ja, ich sehe. Ja, nee, ist klar. Den müssen wir loswerden. Das ist aber okay. Oh, dann spielen wir auch die Kollegen. Always lucky. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Okay. ETC ist so cool. Zumindest der Auftritt ist geil. Ich bin sehr traurig, dass ich diese Karte nicht habe. Jetzt mal gucken, was hier rauskommt. Yay! What? I like a lot. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Und ich kann die sogar nächste Runde jetzt endlich mal spielen. Diesmal spiel ich sie. So. Irgendwas ist bei dir undicht. Okay. Ja, dann. Ich überlege noch. Oh, das kann dauern. Din, 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 din. Dau, dau. Ja, nee, ist klar. Ja, naja, aber trotzdem ist die Situation keine besonders gut. Ja, ja, alles. So, jetzt pass auf. Oh, oh. Tu es nicht. Tu es nicht. Wow. Wow, so. Jetzt, es ist keine Zeit zum Überlegen. Schnell, schnell. Was machst du jetzt? Ich kenn das gar nicht. Ich kenn das gar nicht. Ja, das hab ich mir gedacht. Jetzt kannst du nämlich überhaupt nicht. Weil was spielst du denn jetzt? Und jetzt braucht das so lang. Und dann geht die Zeit zu Ende. Und dann ist voll blöd, weil ich... Ah, ja, klar. Oh, shit. Geh, ich spieke. Oh, nein. Oh, nein. Wieso darfst du noch so viel machen? Weil das Sommer immer und so... Oh, mein Gott. Oh, Gott. Du hast nicht so viel Zeit. Du hast nicht so viel Zeit. Ich weiß. Scheiße. Wie kann ich nicht spielen? Das dauert nicht so lang. Oh, wie du mich kaputt machst gerade. Okay, ich glaube, ich muss jetzt sterben. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Jetzt hat er die Zeit wieder. Jetzt wird es langweilig. Ach so, ja stimmt. Jetzt haben wir ja wieder Zeit. Oh. Was war das hier nochmal? Oh. Nein. Okay. Nein. Oh, Gott. Ach, come on. Pass auf, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Ich kriege jetzt... Nein, nicht mich töten. Nicht mich töten. Jetzt warte doch. Noch bin ich nicht so weit. Oh, Gott. Immer noch nie so'n Scheiß. Wie viel Leben hatte ich eigentlich beschwore ich dir? Nein. Ja. Nein. Nein. Nein, was auch immer es ist. Ich hasse dich dafür. Ich hab dich auch lieb. Meh. Außer du kannst jetzt... Ich bin mir halt echt nichts sicher. Ich könnte... Fifty-fifty jetzt, oder? Oh. Nein. Obwohl, es gibt doch ne Chance. Es gibt ja doch... Den Heal-Bolf. Minions, die irgendeine Sache machen würden. Ja, das kriegst du nicht. Oh, nein. Ja, toll. Ja, toll. Hast du... Hast du nur geblufft? Weiß ich nicht. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Shit. Oh. Das war ne coole Runde. Ey, ja, ganz ehrlich. Ich hatte so Glück jetzt mit dem Ding, dass ich das bekommen hab. Ja. Ich hatte so ein bisschen auf ne Weapon gehofft, aber das war genauso gut. Okay, meine Haare sonne ist abgestürzt. Ich muss neu starten. Es wird auf jeden Fall noch ne Folge geben, nehm ich an. Ja, klar. Auf jeden Fall. Tinkaleo. Ich freu mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.